Heute möchte ich euch eins der besten oder vielleicht sogar das beste Healer-Build in Guns Tower Fantasy zeigen. Ich persönlich mache damit ungefähr 5 bis 10 Millionen Damage und 10 bis 30 Millionen Heal, je nachdem wie viel ich healen muss oder wie viel Damage ich machen kann. Vorneweg, natürlich, es ist relativ egal wie viele Sterne ihr auf den Waffen habt, natürlich mehr Sterne ist gleich mehr Damage, mehr Heal, weil mehr KK, aber es funktioniert alles auch wunderbar auf 0 Sterne. Von daher, da müsst ihr jetzt nicht unbedingt darauf achten, dass ihr mega viele Sterne habt. In letzter Zeit habe ich sehr, sehr, sehr viel damit verbracht, Heal-Builds zu testen, zu gucken, was den meisten Damage macht, wie ich am besten Heal, wie ich am leichtesten durch die Operation durchkomme. Denn leider muss ich dazu sagen, meistens laufen meine Operationen, meine Kluften, meine Grenzkämpfe so ab, ich gehe rein, sehe 4x DPS, weil ich selbst auch gerne DPS spiele, kein Healer, kein Shieldbreaker, dann läuft einer blind rein, springt auf die Gegend zu, macht vielleicht sogar gut Damage, aber stirbt dann, quittet und wir sind zu dritt. So laufen meine Operationen zu 90% ab. Dann quittet meistens noch ein Zweiter und wir sind zu zweit. Dann der Dritte und dann bin ich allein, dann kann ich eh auch rausgehen. Das Video wird so aufgebaut sein, dass ich euch erstmal 3 Builds zeige, die ich persönlich mega empfehlen kann für alle Aktivitäten, die Multiplayer sind. Danach zeige ich euch die besten Matrizen, die man spielen kann, auch die besten SR-Matrizen, denn ich persönlich spiele momentan nur auf SR-Matrizen, aber natürlich weiß ich auch, welche SSR-Matrizen sehr gut sind. Und am Ende zeige ich euch noch von meinem Lieblingsbild die beste Rotation, wie man sie am leichtesten, am besten spielen kann für die Operation. Mein erstes Team ist Frick, Coco und Nemesis. Frick in diesem Team ist unser Zerturrümmerer, der die Schilde aufbricht, unsere Battery, die extrem gut auflädt, ich glaube sogar am schnellsten von allen Waffen, zumindest die ich getestet habe, und unser Main DPS. In dem Eisfeld ist er einfach unglaublich strong. Dazu nehmen wir Coco zum Healen, dazu benutze ich meistens die Ladefähigkeit, denn die ist schon extrem strong, heilt sehr sehr schnell, und Nemesis, um nebenbei nochmal mit einem Dash zu healen, falls es schnell gehen muss. Wenn ihr Frick besitzt, habe ich eine kleine Info für euch, was ihr auf jeden Fall machen solltet, wenn ihr es irgendwie erforderen könnt. Ihr solltet bei der Wachenfähigkeit Fricks Fähigkeit für 4000 freischalten, denn Hyperkörper ist extrem stark. Mit Hyperkörper könnt ihr weder eingefroren werden, noch gegriffen werden von Bossen, noch paralysiert werden durch Elektro, ihr könnt nicht mal geblendet werden von den Gegnern. Sobald ihr da drin steht, seid ihr einfach immun gegen alles, außer Damage. Und natürlich, wenn ein großer Boss auf euch launcht, werdet ihr weggeboxt, logisch. Ihr seid nicht unsichtbar, er läuft nicht durch euch durch. Aber sonst könnt ihr euch komplett auf Heal oder Damage konzentrieren, und müsst nicht immer mega gut ausweichen. Und habt natürlich im Eisfeld unendlich ausweichen mit ihr, wenn ihr gerade DPS macht. Deswegen, Vereisung auf jeden Fall, meine Empfehlung freizuschalten, wenn man Frick hat. Natürlich könnte man auch eine der beiden Heal-Waffen theoretisch für Pepper austauschen, denn vor allem, wenn man Sterne auf ihr hat mit 6 Sternen, ist Pepper dann doch schon eine ziemlich gute Wahl und healt sogar besser als Coco mit 1-2 Sternen. Allerdings muss man sagen, du bist komplett stationär mit ihr. Mit Coco hast du wenigstens mit der normalen Fähigkeit noch so einen Ring um dich herum, wo du dich bewegen kannst, während du mit Pepper einfach komplett auf dem Fleck stehen bleiben musst, um zu healen. Deswegen, das hier ist die bessere Variante, weil ihr mit beiden Heal-Waffen einfach euch besser bewegen könnt, anstatt nur stationär auf einem Fleck zu stehen. Sollte man zum Beispiel, hier jetzt kommen wir zum zweiten Bild, Frick nicht besitzen, ist zum Beispiel auch Samir eine ziemlich, ziemlich gute Wahl. Samir lädt eure Entladungsfähigkeiten auch extrem schnell auf, ist natürlich nicht so mega stark fürs Schildbrechen, aber mit drei anderen Leuten soll denen die Schilde irgendwie aufgehen. Deswegen, zweite Empfehlung wäre für mich Samir. Eine andere Option wäre zum Beispiel auch Crow zu nehmen, denn er kann auch ziemlich gut aufladen und extrem Damage raushauen. Aber noch so ein kleiner Geheimtipp, was ich persönlich empfehlen könnte, wäre hier Huma. Huma ist extrem stark, sie macht guten Damage, sie macht gutes Zertrümmern und auch sehr gutes Aufladen. Also das ist so ein Zwischending-Kombination aus allen. Natürlich habt ihr da ein bisschen Damage lost im Vergleich zu Samir oder auch zu Frick, aber würde auch ziemlich gut funktionieren. Und natürlich gilt auch hier bei den anderen drei Waffen, und wir können jeden der beiden Heal-Stärbe theoretisch auch noch für Pepper austauschen. Würde funktionieren, seid allerdings genauso wie bei anderen einfach stationärer. Aber in der Theorie funktioniert es ziemlich gut. In der Praxis, wenn man die 7.6-Stern hat, kann man es auch einfach so machen, denn der Heal ist an sich besser als mit der 0-Sterne-5-Ster-Waffe. Schräg durch SSR, sorry Genshin-Gewohnheit. Das letzte Bild, was ich persönlich eigentlich nur empfehle, wenn ihr mit einem Zusammenspiel, der extrem viel Damage macht, der euch tragen kann, denn seien wir ehrlich, eigentlich meistens müsst ihr selber noch Damage machen, um durchzukommen, zumindest geht es mir so, wäre, wenn ihr drei Heal-Waffen spielt, sprich Pepper auch noch mit dazu nehmt. Dann hättet ihr Pepper, Coco und Nemesis. Und damit kann ich euch sagen, zumindest habe ich es damit nicht geschafft, dass irgendeiner stirbt. Ihr habt einfach so viele Entladungsfähigkeiten, ihr habt so viele normale Heal-Fähigkeiten, dass ihr eigentlich alle durchschnittlich am Leben halten solltet. Aber wie gesagt, ihr verliert extrem viel Damage, natürlich, wenn ihr Nemesis auf C6 habt, oder 6 Sterne, ist das wieder was anderes, dann macht ihr extrem viel Damage mit Nemesis. Allerdings finde ich, ihr ladet damit trotzdem viel zu wenig eure Ult auf. Klar, sie hat 8 drauf, sie lädt auch relativ schnell, aber, na, ich würde dann doch eher noch eine extra Waffe mitnehmen, die euch wirklich schnell auflädt und DPS macht. Man kann es tun, wenn man sie vor allem mit mehr Sternen hat, sollte man es vielleicht auch tun, wenn die anderen Waffen nicht so viele Sterne haben, logischerweise. Aber ich persönlich empfehle das eigentlich nicht, wenn man sie nur auf 0 bis 1 Stern hat. Sonst auf jeden Fall eine DPS-Waffe mitnehmen. Wenn man einen hat, der wirklich euch tragen kann, dann 3 Heal-Waffen, damit der auf jeden Fall am Leben bleibt. Als nächstes kommen wir zu den Matrizen. Und auf eurer Main-DPS-Waffe, schrägst du eure Auflade-Waffe, wenn ihr keine 5-Star-Matrizen habt, so wie ich zum Beispiel, empfehle ich das Set hier, denn ihr bekommt 10% mehr Waffenladungspunkte. Was an sich ziemlich nice ist, ist nicht mega viel, aber es ist ein bisschen spürbar, dass es schneller geht. Also das ist meine Nummer 1 Empfehlung als Forster-Matrize. Oder als SR-Sorry-Genshin. Die andere, die ich persönlich immer benutze, auf die Waffe, auf der ich meine Entladungsfähigkeit am häufigsten benutze, ist diese hier, wo ich 80 Ladungspunkte direkt zurückbekomme, wenn ich sie einsetze. Bei mir ist es mein Eisstab von Coco, denn da bin ich meistens direkt drauf, weil das macht mehr Heal als Nemesis, muss man einfach sagen. Deswegen zieht das drauf, 80 Punkte zurück, wieder auf Frick, bisschen DPS machen, nächste Waffe voll und so weiter. Ist ziemlich nice. 80 Punkte sind spürbar, aber wäre theoretisch auch austauschbar. Auf Nemesis persönlich habe ich kein wirkliches Bild. Da spiele ich momentan das hier, einfach weil es das einzige war, wo ich hochgelevelt habe. Ich würde auf Nemesis theoretisch auch dieses Bild spielen, wenn ich es hätte. Allerdings habe ich das Set nur einmal. Bei den SSR-Matrizen habe ich drei Matrizen, die ich euch empfehlen möchte. Und zwar erstmal für all eure Heal-Waffen logischerweise Kokos-Matrizen. Die sind das Beste, davon am besten das 4-Piece, denn das 2-Piece allein gibt euch schon 10% Heal. Das heißt, wenn ihr zwei davon habt, solltet ihr das schon mal auf jeden Fall drauf machen. Und das 4-Piece gibt euch noch 12,5% Angriff für 6 Sekunden, wenn ihr euch oder Teammates heilt. Und ich meine, ihr seid ein Healer, das heißt, das passiert unweigerlich. Richtig gutes Set, kann ich nur empfehlen. Ich grinde selbst noch für leider noch kein Glück bis jetzt. Und wenn wir zur DPS-Waffe gehen, die da auch SSR spielen wollt, empfehle ich persönlich zweimal Crow-Matrize für die meisten Fälle und zweimal Samir-Matrize. Das sind zwei sehr, sehr, sehr starke Matrizen, die ich nur empfehlen kann. 2-Piece, 2-Piece ist mega nice. Natürlich könnte man auch hier das 4-Piece spielen oder bei Crow das 4-Piece in der Theorie, aber ich wäre der Fan von 2-2. Allerdings euch überlassen, was wir spielen, die SR funktionieren auch ziemlich, ziemlich gut, aber die SSRs, vor allem die von Kokos, sind extrem stark und nur empfehlenswert, wenn man sie hat. Jetzt kommen wir zur Rotation. Ihr seht schon rechts oben, das Erste, was ich euch allen empfehlen möchte, ist rechts die Lebensbalken anzumachen, wenn ihr Healer seid. Denn ich persönlich verliere im Kampf, wenn ich auch noch Selbstdamage mache, recht schnell den Überblick, wer denn jetzt low ist, wann sie low sind, weil die Lebensbalken einfach so verschwommen sind, wenn sie alle springen, rückwärts, saldo hoch, hinter, zurück. Wisst ihr, wie ich meinte? Ich sehe es hier einfach nicht. Deswegen meine Empfehlung, rechts auf die Flagge drücken, Lebensbalken anmachen, dann seht ihr immer auf jeden Fall, wann einer low ist, wann er Heal braucht. Und erst dann würde ich auch auf Heal gehen, sonst durchgehend Damage machen. Natürlich, nicht vergessen, es ist leicht Delay der Lebensbalken oben rechts, aber trotzdem ein sehr, sehr guter Indikator. Damit fahre ich sehr gut. Das heißt, ihr seht, meine Rotation, ich mache mit Frick Damage, bis ich sehe, jemand ist low, mache mein Heal rein mit Coco und dann mache ich theoretisch weiter Damage mit Frick. Das ist die ganze Rotation, das ist nicht gerade schwer. Wenn ich stationär sehe, meine Teammates sind am Boss dran, einfach Healstoff und Coco rein machen. Wenn ich allerdings sehe, jemand ist extrem low und es muss viel schneller gehen als sonst, wechsle ich meistens auf Nemesis, um einen schnellen direkten Heal zu machen, auch die Leute, die wegrennen, weil sie low sind, noch zu Healen. Denn klar, wenn ich Millimeter bin, würde ich auch nicht vom Boss stehen, so wie jetzt. Komme ich mit Nemesis rein, dash dann ein, zweimal hin und her, dreimal vielleicht, bis sie full sind oder für mich voll genug sind und dann geht es wieder auf Frick weiter Damage machen. Das ist die komplette Rotation und ich kann es jedem nur empfehlen, die Kombi ist an sich mega strong, ziemlich einfach nachzumachen und extrem nice. Das war es jetzt auch schon mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, war informativ und hat euch vielleicht sogar weitergeholfen. Wenn ihr weitere Fragen habt, ja schreibt sie gerne unter die Kommentare oder sogar Verbesserungsvorschläge, ich bin offen für alles. Wenn ihr es natürlich direkt wissen wollt und nicht auf meinen Abend warten wollt, könnt ihr auch gerne drüben bei Twitch vorbeischauen, ja, da bin ich momentan jeden Tag live, twitch.tv slash blau, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und man hört sich im nächsten Video, haut rein, tüdelü.